Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute einen neuen Campingplatz vorstellen und zwar ist das der Campingplatz Katzenkopf. Witziger Name, den wir aus einer Not heraus gefunden haben und zwar war ja unser Urlaub geplant in den Bergen mit Peißenberg und Bad Feilenbach und dann wollten wir ja nach Österreich und ins Ötztal. Das ging natürlich voll in die Hose, weil das Unwetter quasi uns gezwungen hat unsere Route komplett zu stornieren und was anderes zu suchen. Jetzt haben wir hier einen Campingplatz gefunden, Katzenkopf ist Nähe Würzburg, östlich davon, Nähe der A3 und der hat uns hier oder gefällt uns hier so gut, dass wir hier wohl auch jetzt länger bleiben wollen. Wir werden Ausflug nach Würzburg machen, uns ein bisschen umgucken, aber das soll ja jetzt hier jetzt nicht das Thema sein. Wir haben jetzt hier einen Platz gefunden, haben uns bei diesem Campingplatz hier so ein bisschen, ja so ein bisschen an den Rand verzogen, damit wir hier ein bisschen mehr Ruhe haben. Ein paar kleine Platzerweiterungsarbeiten finden hier noch statt, weil dieser Platz gerade mördermäßig explodiert. Die haben hier so viel Zulauf durch Mund-zu-Mund-Propaganda und so. Also es ist schon klasse. Wenn man das jetzt mal sieht, der Campingplatz befindet sich hier also quasi irgendwie direkt auf einer Insel und ja, da ist dann so ein See drumrum. Und hier ist denn eben halt unser Platz. Ist doch eigentlich sehr schön. Hier vorne sieht man, das sind hier noch Plätze, die hier gerade neu angelegt worden sind. Die sind noch nicht befahrbar. Und hier werden auch noch neu Abwasserrohre verlegt, weil das sind Komfortplätze, wo du dann Wasser und Abwasser hast. So, unser Platz hier ist auch schon einer. Da haben wir auch Abwasser, aber Wasser fehlt noch. Ja, so haben wir das jetzt momentan hier uns eingerichtet. Wir mussten ja die Sachen, die wir quasi im strömenden Regen bzw. als sie klitschnass waren, mussten wir das ja alles abbauen und haben das denn jetzt wieder aufgebaut, damit das dann trocknen kann. Und hier werde ich mich jetzt mal hin platzieren. So, das ist unser Blick. Ist natürlich ganz toll, dass da jetzt irgendwelche Bauarbeiten losgehen. Aber ich will es kurz machen. Ich weiß, das schaffe ich ja nicht immer. Aber ich versuche das einfach mal. So, ich hoffe, ihr könnt mich soweit gut sehen. Ja, dieser Campingplatz hier ist wohl auch so eine Art Transitplatz für Holländer, die hier irgendwo auf dem Weg immer durchdüsen. Auf jeden Fall hier späten Nachmittag, frühen Abend, treffen hier immer sehr viele Holländer ein, die hier auf den Nachttouristenplätzen einfach rauffahren und dann quasi brauchen die nicht abkoppeln, sondern können angekoppelt bleiben. Am nächsten Morgen fahren die dann einfach auf der anderen Seite wieder raus. Und von diesen Tagesplätzen oder Übernachtungsplätzen hat der Campingplatz jetzt gerade noch mal ein paar weitere angeschafft. Wenn man sich hier anmeldet bei der Rezeption, dann bekommt man solche Karten. Also es gibt zwei. Also jeder bekommt seine eigene, weil diese Karte ist auch gleichzeitig mit der Zugang zu den Sanitärbereichen. Und ja, war eigentlich ganz toll. Super lieber Empfang an der Rezeption. Wir konnten uns hier umgucken auf dem Platz. Wir konnten uns hier was aussuchen. War also wirklich klasse. Kiosk ist dabei. Du kriegst viele Informationen. Du kannst hier Brötchen kaufen, brauchst du nicht vorbestellen. Die haben sie da, solange der Vorrat reicht. Also frühes Kommen sichert auch die guten Brötchen. Unter anderem verkaufen die hier auch Wein, weil das hier Katzenkopf heißt dieser Campingplatz, weil das eben halt das gesamte Weinanbaugebiet nennt sich Katzenkopf. Alter. Ja, und wir waren natürlich total begeistert und gespannt auf die Sanitärbereiche. Die möchte ich euch gerne auch noch mal zeigen. Ich habe hier im Vorwege, bin ich hier schon mit der Kamera ein bisschen rumgelaufen und die Bilder, die werde ich euch jetzt noch nachliefern. Das könnt ihr euch mal ansehen. Zu den Sanitärbereichen muss, muss ich sagen, die sind wirklich der Knaller. Also ihr werdet die Bilder ja gleich sehen. Vor drei Jahren wurden die für zwei Millionen Euro renoviert und es ist echt der Knaller. Aber werdet ihr sehen. Wir werden uns hier jetzt so ein bisschen umgucken, werden uns eine schöne Zeit machen hier und ja, schaut euch mal die Bilder an und dann hören wir uns danach noch mal kurz. Bis dann. bis dann! Ja! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, ich bin jetzt bei den Duschen hier reingegangen und hier kannst du Schuhe hinstellen oder sonst was rein, die packen Taschen und guckt euch das mal an. Das ist der Duschbereich nur für die Herren. Das ist ja der Hammer, oder? Zu dem, was wir jetzt vorher hatten, ist das ja wohl ein riesen Unterschied. Eieieiei, alles schön sauber und gepflegt hier. Oh, ist das irre. Was haben wir hier? Guck mal, Licht geht an. Da hast du hier die Waschkabinen. Überall Waschkabinen, dann geht das hier hinten noch rum. Wow. Oh, und hier hast du Duschen. Hast du hier so eine Marke, so eine Karte, die hältst du dir dann da vor. Das ist ja echt irre. Das ist ja echt irre. So viele Duschen hier. Da sind wir reingekommen. Meine Kamera beschlägt hier ein bisschen. Aber hier ist gerade nichts los. Das ist ja Wahnsinn. Hier hast du überall diese Duschen. Alles total modern. Das ist ja echt irre. Hier hast du noch so eine Art Familiendusche. Und hier ist dann noch, quasi damit du dann, falls du das Baby hier mit rein willst, Kleinkind, wie auch immer, kannst du denn hier den Tisch runterklappen zum Wickeln. Auch bei den Herren. Drin. So. Aber super sauber, super gepflegt. Riecht angenehm. Boah, ist das klasse. So, hier sieht man das nochmal ein bisschen besser. Ne? Hier gehe ich dann nochmal eben rein. Hier musst du die Karte davor halten. Genau. Schön. Und eine breite Wand, dass die Sachen, die du hier hinlegst oder hinhängst, ja, dass die nicht nass werden. Tolle Sache. Überall duschen. Das ist ja monstermäßig, was hier an Duschen ist. Unglaublich. Und wisst ihr was? Das Geilste ist. Warm Wasser, duschen und so. Das ist alles in dem Preis mit drin. Das heißt, du kriegst die Karte und kannst mit dieser Karte, hast du den Zugang hier zu diesem Bereich und kannst das, kannst loslegen. Kannst solange duschen, wie du willst. Ist doch ein Traum. Dann will ich die mal ausprobieren. Bis dann. So, dann muss man nur die Karte davor halten. Hier, eine Karte. Stellt man da so rein. Kostlose Nutzung. Karte. Karte. Schrauben. Karte. ist das cool da kommt man an da ist die rezeption total schön aufgemacht ich bin hier in einem kreisel da hast du hier die gaststätte katzenkopf dann hast du da noch mal tage für tages gäste brauchst du noch nicht mal abspannen hier hast du noch mal zum draußen abwaschen noch mal einen platz ansonsten hast du hier noch ganz viele für tages gäste kannst du vorne reinfahren brauchst nicht abspannen fährst dann wieder raus ist genial so da hinten ist der werthof hier haben sie noch neue plätze für tages gäste ist natürlich nur abgesperrt ist alles neu ist der ganz neue bereich hier ich hoffe man hört das ganz gut und da hinten in der ecke stehen wir da haben wir unser plätzchen gefunden dieser campingplatz hier setzt auf totale mülltrennung die haben ja ein super müllplatz und das steht auch in den ja in der beschreibung in den informationen vom campingplatz dass jeder müll getrennt wird hast du hier papier karton bio müll dann hast du da ein restmüll container dann hast du hier für den grünen punkt also alle plastik verpackungen und allgemeine verpackungen dann hast du hier auch die glas container grün glas weiß glas braun glas also da legen die doch sehr großen wert drauf dass das auch von den campern so umgesetzt wird ja und unter anderem hast du denn hier auch noch für batterien sogar also das finde ich sehr vorbildlich und ja das spricht sehr für den platz das ist die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier sind natürlich ringsrum, ich hoffe, das ist nicht zu laut mit dem Wind, ringsrum sind hier Weinberge ohne Ende, ohne Ende Wein, wo du gucken kannst. Und deswegen sind wir einfach mal hier hochgestiefelt, um euch mal so einen kleinen Überblick zu verschaffen. Schaut mal, das sind alles Weinberge. Wahnsinn, oder? Man kann richtig weit gucken, das Wetter hat sich gebessert. Das ist der Ort Sommerach. An der Seite, da hinten rechts, hinter den Bäumen, verbirgt sich der Campingplatz. Und du hast in diesem Ort, der Ort ist quasi erwähnt, seit dem 11. Jahrhundert, hat er mit Wein zu tun. Und in diesem Ort hast du ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Weinstuben. Da kannst du lecker essen, Wein trinken. Und das Schöne ist, vom Campingplatz sind das nur fünf Minuten zu Fuß und schon bist du im Ort. Du brauchst also kein Auto, kein Fahrrad, kannst dich da, also wirklich, ja, super, sag ich mal, Vergnügen. Ja, okay, wir werden jetzt noch mal ein bisschen weitergehen. Und das war es jetzt erst mal hier von dem Rundumblick. So, wir haben den höchsten Punkt erreicht. Hier steht ein Aussichtsturm. Und da gehen wir jetzt mal hoch. Ja, was macht man nicht alles, ne? Zack. Oh, wow. Oh, wow. Ist das schön. Ist das schön, Leute. Da lohnt sich doch der Weg. Schönes Wetter, ist auch zu sehen. Ist das alles Weinstöcke hier. Tut mir leid, wenn der Wind so ein bisschen stört, aber ist sehr windig hier oben im Moment. Ja, also ihr könnt sehen, ein wirklich schönes Fleckchen Erde. Und gleich werden wir den Abstieg machen und einen Happen essen. Und tschüss. So, hallo, ihr Lieben, wir sind wieder auf dem Platz zurück. Ja, waren ja nun bei dem Aussichtspunkt und waren eben noch lecker essen. Und, boah, also wir haben gerade für drei Tage gegessen. Wir wussten ja nicht, was wir da bestellen. Und, ähm, ja, das kam dann. Das war so lecker. Das Fleisch war so zart. Und, ach, also hier essen im Ort kann man echt empfehlen. Ähm, noch ein paar Infos zum Ende. Ähm, ich hatte ja nun schon gesagt, es gibt hier kein WLAN. Ähm, also wer unbedingt ins Internet muss, muss das über seinen Anbieter machen. Also, ich habe hier mit Vodafone, äh, recht guten Empfang. Ähm, Andrea hat nicht so guten Empfang hier. Das ist, äh, aber auch wieder prepaid und so. Also, da wird, ähm, sicherlich ein Unterschied gemacht. Also, wer hierher kommt, sollte eben halt das nicht so in erster Linie als wichtig erachten. Ähm, dann, äh, hier im Ort, direkt hier im Dorf, am Campingplatz, Einkaufsmöglichkeiten, hast du hier soweit keine. Ähm, das heißt, hier kannst du essen und trinken, bis der Arzt kommt. Aber eben halt, äh, einkaufen, das wird hier nix, ne? Deine Brötchen kriegst du im Kiosk hier vorne. Und, ähm, ja, für den normalen Einkauf muss man wohl ins Nachbardorf fahren. Das werden wir dann aber auch noch machen. Sollte aber jetzt nicht relevant sein für die Vorstellung hier. Wir sind super begeistert, wir sind absolut begeistert, weil, äh, was die hier mit den Sanitäranlagen gemacht haben, ich hatte das ja schon erwähnt, ist wirklich genial, ne? Ja, und, ähm, es ist wirklich echt eine Reise wert. Wir werden jetzt hier backen bleiben, also, uns, äh, verschließt das jetzt nicht nochmal woanders hin. Wir werden von hier eben, wie gesagt, Ausflüge machen. Und ansonsten, ähm, geht es uns hier echt gut. Und, ähm, können also diesen Platz, ja, vorbehaltlos empfehlen. Schaut ihn euch an, schaut mal auf die Internetseite von dem Platz hier und, ähm, ja, und sonst, wenn ihr hier in der Gegend seid, einfach mal anhalten und durchfahren. Also, bleibt gesund und munter. Wir sehen uns wieder. Euer André.